Beeilung, wir müssen los. Mein Vater kam von draußen. Beheile dich. Wir gehen. Gehen? Warum? Keine dummen Fragen. Mach dich auf. Aber wohin? Nimm mit, was du brauchst. Schnack dir deinen Koffer. Aber warum? Los jetzt. Und wenn es regnet? Das ist kein Donner. Es ist Dorf. Nein, es ist nicht. Was ist es dann? Es sind Schüsse. Zieh dich nicht um. Zieh dich bloß nicht um. Warum nicht? Damit es nicht deine letzte Erinnerung bleibt. Wie heißt du? Hallo? Mein Name? Ja, was denn sonst, Dummkopf? Nass. Sieht euch warm an. Es wird kalt werden da oben. Ich habe ein Mädchen getroffen. Ihr Name? Wie heißt du? Gritia. Ein Schuss! Ich hob meine Koffer auf und raste den Berg hinunter. Und ich fand, Gritia. Vielmehr, ich stieß mit dir zusammen. Gritia! 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 Gritia? Gritia, schau! Gritia und ich kamen an einen Hafen. Was soll ich mir anschauen? Das Meer? Ach ja? Es ist nicht wunderschön. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Nein, es ist nicht wunderschön. Wie kannst du das sagen? Weil es uns davon trennt, wo wir sein wollen? Zuhause, du denkst, du bleibst für immer an einem Ort. Und dieser Ort ist der Ort, den du Zuhause nennst, aber sobald du ihn verlässt, sobald du beginst wegzugehen. Untertitelung des ZDF, 2020